Hi, ich bin Carina. Ich bin aus Deutschland und wir sind heute bei Cradle Country Adventures und haben Horsebike Riding hier gemacht. Es war wahnsinnig cool. Wir haben super tolle Leute hier gehabt, die uns geführt und angeleitet haben. Ich hatte ein ganz tolles Pferd, den Baguette. Super liebes Pferd, ganz toll trainiert. Das heißt, ich brauchte gar keine Angst haben. Ich bin vorher noch nie richtig geritten. Das heißt, auch dann kann man das machen. Man wird super gut angeleitet und wir sind sowohl über Berge als auch über den Sand gelaufen mit den Pferden. Also wir sind auch am Strand gewesen und im Wasser und so und das war super cool. Und danach haben wir ja noch ein Mittagessen gekriegt. Das war auch sehr lecker. Und ja, die Natur ist einfach der Wahnsinn und den Blick, den man beim Reiten hat, den hat man sonst nirgendwo. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020